In das Lüftchen bitte. Haben wir das? Aller rechts dann nach oben, der linke bitte zu. Wenn ihr jetzt so ein bisschen von rechts an links wählt, dann kommt die zwischen Luft zu mir. Guck mal wie geil das aussieht. Auch da oben wunderbar. Freunde, zeig das in der Außerheit. Klatschen! 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 Er ist gut, was ich da? Oh! Oh! Ich bin da so was geschnitten, Leute! Edgebox! Jungs! Komm! Hallo! Hier geht's! Hier geht's! Im Jahre 2006 waren wir Weltmeister der Herzen. Natürlich, selbstverständlich, haben wir Italien fast besiegt. Wir waren im vergangenen Jahr Vize-Europameister. Aber was wir auch waren im Jahre 2007? Wir waren Kampfball-Weltmeister! Und genau in dieser Runde spielen wir jetzt dieses Lied gemeinsam mit euch! Es gibt im Loch. In der